Hallo zusammen, heute geht es um mehr Leistung oder weniger Stromverbrauch, das kommt ums gleiche raus und um dieses Stück Aluminiumrohr. Jeder Kühlschrank, jedes Kühlackegaard kann nicht kühlen, sondern es kann nur Wärme entziehen. Das heißt, wenn ich hier so einen Kühlschrank habe, der hat hinten ein Kühlelement, das Kühlelement wird kalt, bzw. es nimmt die Wärme auf, geht dann nach hinten und hier hinten sitzt dann der Kompressor und der Kondensator und hier gibt der Kühlschrank die Wärme wieder ab. Und der Kühlschrank ist eigentlich ein Wärmeabtransportsystem, aus diesem Grund ist es dann im Kühlschrank weniger warm und für die einen natürlich auch kühl, mit dem ist es ein Kühlschrank, aber an sich ist es nur ein weniger warm Gerät. Wir haben hier den Standardkühler gehört, was hier verbaut wird, auch an anderen Orten und dieser Wärmetauscher, der gibt die Wärme ab. Wenn er dir Wärme jetzt nicht abgeben kann, dann erstickt der Kühlschrank diese Leitung, die dann jetzt hier, das sind Kupplungen, reingeht in den Kühlschrank. Wenn das Kältemittel natürlich mit sehr hohen Temperaturen in den Kühlschrank einspritzt, dann muss man zuerst dieses Kühlmittel runterkühlen in sich selber und die Kühlleistung fällt massiv zusammen. Ich habe hier Fotos gekriegt, das ist eine Kühlbox von Dometic und wenn ihr das hier anschaut, ihr seht, wie hier der Wärmetauscher dreckig ist. Und hier sehen wir, das müssen wir vielleicht so ein bisschen halten, will nicht so, der gleiche Kühlschrank, das ist ein One-Cool-Kompressor von Dometic. Wenn ich so einen dreckigen Kondensator habe, dann habe ich das gleiche Symptom, wie wenn ich ein Blatt Papier davor lege, es kühlt einfach nicht mehr. Und wenn ich das Ding so einpacke, wirklich, dass keine Luft dazukommt, dann zieht er hier die Luft an, bläst sie hier raus, rundherum und saugt sie hier wieder an. Geht einfach ein bisschen länger, dann ist hier drin warm und die Wärme geht nicht weg. Wenn ich jetzt aber so einen Aluminiumschlauch habe, den kann ich ziehen, das ist jetzt 125 im Durchmesser, ich kann den auch ein bisschen drücken zum Quadratformen und den kann ich hier an diesen Löchern mit vier Kabelbinder anmachen und so ziehe ich die Luft hierher oder noch weiter weg oder ich führe das runter irgendwo. Durch das habe ich eine saubere Luftführung. Die Luft muss dann hier weg, irgendwo anders. Dass die hier zurückgeht und hier wieder reinkommt, braucht schon viel mehr Volumen. Und wenn man zum Beispiel im Boot den Schlauch runterlegt in die Bilge, da wo es am kühlsten ist, also im Bootsrumpf unten, da habe ich Wassertemperatur, dann sauge ich kühle Luft an. Oder im Camper kann ich den und das Fahrzeug führen, noch ein Schutzgitter davor, dass die Fiecher nicht reinkommen und so kann ich die Luft ansaugen. Ich habe hier ein Kühler angegabt von Isotherm. Hier wird das mit diesem Trichter angeboten. Es bräuchte einfach nicht einen 120er Schlauch, sondern einen 100er. Und so ziehe ich die Luft von irgendwo her und kühle dann diesen Wärmetauscher runter. Der Unterschied ist, das ist ein Drahtrohrverflüssiger, der hat nicht so viel Oberfläche wie dieser Kondensator hier, oder Verflüssiger, den wir auch vorher auf dem Handy gesehen haben, auf dem Bild. Hier habe ich einfach viel mehr Oberfläche, durch das einen besseren Wärmeaustausch, wenn Luft durchgeht. Wenn natürlich dreckig, wie gesehen, dann geht es natürlich gar nicht. Das ist von Isotherm, das ist noch ein Inselverdichter, wird heute nicht mehr hergestellt. Das Ding hat ein Gewicht von 8,45 Kilogramm. Dieser Kompressor hier mit diesem Aggregat hier hat 5,4 Kilogramm. Und das ist das neue, was kommt hier, das hat dann noch 2,6 Kilogramm. Also, das ist leichteste, zweitleichteste und schwerste. Aber in der Leistung sieht es ganz anders aus. Das ist das leistungsfähigste. Das Teil hat doppelt so viel Leistung wie das hier. Und der liegt dann irgendwo noch dazwischen. Also von dem her, das ist das, was neu kommt, da habe ich sicher ein Video gemacht. Wichtig ist, dass ihr die Belüftung beim Kühlschrank sicherstellt. Wenn ihr das nur in einen Schacht reinbaut, keine Luft noch abkleben rundherum, dann kühlt das Teil nicht und braucht Strom. Zieht euch die Batterie leer und ihr jammert dann, dass unsere Angaben im Internet, auf dem Katalog hier, nicht stimmen. Zum Beispiel dieser, eine Seite weiter, 96F. Der hat einen Stromverbrauch bei 5 Grad innen, was normal ist, um 25 Grad außen von 15,2 Wattstunden pro Stunde. Das mal 24 gibt 365 Wattstunden. Bei 32 Grad außen braucht er bereits 23 Wattstunden. Was sagt euch Wattstunden? Nichts. Das ist meistens die, die sagen 1 Kilowatt. Das finde ich an dem Nordsee, das ist ein Kilo Nordseeschrank. Dieser Schrank hier, das ist ein Kompressorkühlschrank. Mit 115 Liter ohne Eisfach, wie vorher gezeigt. Wenn ich den mit dieser Batterie betreibe, hält der ca. 80 Stunden bei 5 Grad innen 25 Grad außen. Bei 32 Grad außen, da zieht der Kühlschrank 22 Wattstunden. Und der hier hat 1280 Wattstunden, diese Batterie hier. Damit kühlt der Kühlschrank rund 55 Stunden. Das sind dann, äh, 55 Stunden, das sind zwei Tage, kann ich diesen Kühlschrank bei 32 Grad Außentemperatur mit dieser Batterie zwei Tage betreiben. Diese Batterie gibt es jetzt neu, auch mit oder ohne Bluetooth. Ihr könnt dann nicht schauen, was das für eine Spannung ist oder was da drin ist. Und dann kostet sie 480 Schweizer Franken. Hier verlinke ich euch ein Video von diesem neuen Kompressor, der kommt, aber das wird dann Weihnachten. Nächstes Jahr hat auch Weihnachten. Und hier unten ein Video über diese neue Batterie hier, ohne Bluetooth. Und somit wünsche ich euch einen schönen Tag. Dann wünsche ich euch, wenn ich diese neuen Koppel sharegange draufet. Vielen Dank.